Ich bin gerne mit dem Velo unterwegs, manchmal auch längere Strecken. Wenn eine Sitzung ist oder ein Anlass, dann gehe ich häufig mit dem Velo am Morgen dorthin, dann bin ich bei der Ankunft so richtig bereit für einen Tag. Oder ich nehme das Velo mit im Zug und fahre nach der Sitzung mit dem Velo nach Hause, als Ausgleich und zur Entspannung. So hatte ich auch letztes Sommer bei den Aufnahmen hier für das Musik TV24 mein Velo dabei. Bekanntlich war es im letzten Sommer öfters etwas warm und ich bin nach dem Mittag losgefahren, ca. 70 km vor mir, durch Hügeligs Gelände von Zofigen auf Bern. Und so kam es, dass ich an jedem Brunnen angehalten habe, um zu trinken und mich abzukühlen. Bei der ersten grösseren Pause, zu wenig, habe ich dann gemerkt, dass der silberen Ring an meiner rechten Hand gefällt. Er ist wahrscheinlich bei einem Halt an einem von den Brunnen abgerutscht und verloren gegangen. Das wird schwierig, habe ich gedacht. Zuhause habe ich dann auf der Karte die Route rekonstruiert und die verschiedenen Brunnen rausgesucht, wo es hätte sein können, dass ich ihn verloren habe. Ist es Pfaffmau gewesen? Rockliswein oder doch Altbüroen? Ich wusste es nicht. Und so habe ich an die Gemeindeverwaltungen von diesen verschiedenen Gemeinden je ein Mail geschrieben. Nicht mit viel Hoffnung, aber wir können es ja probieren. Schon am nächsten Tag kam ein ausführliches Mail zurück. Mit einer längeren Geschichte, wie dieser Ring ist gefunden worden. Und wo er jetzt ist. Kurz und gut im Restaurant vis-à-vis von diesem Brunnen haben sie ihn jetzt gehabt und dort habe ich ihn dann angerufen. Wir haben sie dann den zweiten Teil dieser Geschichte erzählt und schliesslich haben sie mir den Ring per Post zurückgeschickt. Binderlohn wollte sie nicht haben. Nicht einmal zu Porto durfte ich ihn zurückzahlen. Aber ich habe auf jeden Fall einen netten Dankesbrief geschrieben an die Frau, die mir den Ring geschickt hat. Ein grosser Zufall. Einfach nur Glück. Vielleicht auch. Aber für mich auch ein Zeichen. Es gibt viele Menschen, die ihre Augen offen haben für ihre Umgebung. Die hilfsbereit sind und gerne etwas machen, um anderen zu helfen. Und das hat mich an eine Aussage von Jesus erinnert. Er hat mal einen Vergleich gemacht und er hat gesagt, was ihr einem anderen Gutes getan habt, das habt ihr mir getan. Und er spricht dort nicht von grossen Sachen, sondern von ganz einfachen. Sachen, die jeder und jede machen können. Jemandem zu essen oder zu trinken geben. Jemandem in einer schwierigen Situation besuchen. Oder eben wie bei mir. Jemandem helfen, etwas Verlernes wieder zu finden. Was wir so jemandem getan haben, das haben wir auch Jesus zugute getan. Mal gucken uns. Vielen Dank.